Eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Erntal. 1996 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über eine Einbauküche sowie einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 55 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Wohnung auf 450 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020